Bilderbuch von Wall-E Okay, das guck ich mir dann an. Bowlingkegel, Spielzeug, Eisenbahn. Ganz recht, ich bin Maui, vorm Wanderer. Jetzt muss ich erstmal wieder 30.000 Mal gucken. Also, Tintenfisch, Aquamarine. Leeres Fläschchen. Äh, Fläschchen. Ähm. Mutter Gotel. Ursula. Mini. Mini. Ariel. Rolly. Ariel. Mini. Hallo? Mini. Ja. Ariel. Nee. Also, doch, das ist ja... So hin. So hin. Okay, irgendeine kommende Tagebuchseite. Ariel. Wall-E. Okay. Was ist das Gegenstand? Geh. Was ist das Gegenstand? Was ist das Gegenstand? Was ist das Gegenstand? Bilderbuch. So, hier gieße ich erst mal wieder. In der Hoffnung. Dass Erinnerungen auftauchen. Was wir heute irgendwie nicht tun wollen. Hallo, Dufte. Es ist eine sehr gute Frage. Aber da es alles magisch ist, mit Magie geht ja fast alles. Aber für Wundernswert finde ich es auch. Okay, heute wollen keine Erinnerungen kommen. Heute sind sie nicht rupffreundlich. Oder sie haben es gefixt, dass es hier im Haus nicht mehr geht. Das ist ja nicht auch eine Möglichkeit. Ich meine, wer weiß, was ist denn noch alles in der Torm jetzt? Das scheint tut hier gar nichts mehr. Ich glaube, das geht nicht mehr. Hm. Nee, Kürbis wird jetzt noch gleich viel wert. Ja. Erstaunlich. Also sonst habe ich meistens schon drei Erinnerungen raus. Oh, die können mir echt vorstellen, dass sie das gefixt haben. Dass das eigentlich gar nicht so sein sollte. Hätte ich das mal mehr betrieben. Nee, da passiert nichts mehr. Nee. Okay. Gut. Kann ich die irgendwann bei Zeit mal wieder wegräumen? Nein. Bilderbuch. Das ist auch irgendein Quetzgegenstand. Was sind hier für Aufgaben noch? Lücke lila Blumen. Und schließe Dreamlight-Pflichten ab. Ernte drei Pilze. Ändere dein Outfit. Das kriege ich auf jeden Fall hin. Oberteile. Ja. Okay. So, laufen wir doch mal so rum. Sollen wir da noch verpflichten? Machen ein Foto. Oh mein Gott, da haben sie jetzt neue Sachen hinzugefügt. Wie geil ist das denn? Tu ich das nicht vor. Das ist halt... Oh mein Gott, das ist halt voll cool. Wenn man jetzt halt nur das... Den Kopf mal ein bisschen... Das ist halt überhaupt nicht creepy. Oh mein Gott. Das ist halt überhaupt nicht creepy. Okay. Okay. ist ja nur die frage wie macht man das denn jetzt modus ändern ach so so dann nur speichern die das haben seid auch geändert hier ein richter 5 gemüse an weißt du nicht wo ich meine beta haben will ich ja ich kaufe tatsächlich mal warte mal was ich mache ich mache das war die einfach erstmal dahin weil da passt es besser hin stimmt da könnte ich eigentlich mal die ganzen obstbäume hin machen dann mache ich hier halt die obstbäume hin wollen die mal kilometerweit latschen das das oh mein gott das sieht schon gar nicht mal so schlecht aus es wird ich brauche aber noch die anderen büsche blaubeeren wenn nämlich meine blaubeer beschreiben dann habe ich jedoch eine verwendung für habe ich doch da eine super verwendung für hier sind noch mal blaubeeren so den herz kann ich erst mal hier mit hinpacken bräuchte nicht die ganze zeit rein rennen so wunderbar wo war mein ich will vor allem die event sachen heute mal ein bisschen machen wenn ich die ganzen sachen haben will und noch genug steinchen sammeln will fürs nächste event und nein ich habe dir das falsche gegeben nein ich habe ihn verkriegt ich wollte es da drunter haben aber das schräg drunter ich hoffe dem habe ich komplett verkackt gerade ja so so okay schlafen tut sie nicht ein kleines ein kleines bauzi fünf streamlet pflichten lücke lila blumen dass wir nur gesagt haben lila aber finde ich jetzt mal lila blumen hm so 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 Was brauche ich? Ich brauche auf jeden Fall jetzt Gemüse, das ich verkaufen kann. Ich werde gleich mal schauen, wie viel ich da drin habe. In meiner Kiste. Kommt kein Sound mehr. So, habe ich eigentlich meine Werkbank hier drin? Ja, habe ich tatsächlich. Kann ich die nämlich auch erstmal hier entpacken? So, zählte das? Ja. Lila Blumen. Gemüse habe ich wahrscheinlich nicht mit drin. Nee. Hallo, Masuna. Natürlich trinke ich für dich. Und viel Spaß im Arbeitslook. Ich hoffe, wir wollen ja alles gut und dass die Tapete noch lebt. Die Tapete wird stückweise fertig gemacht. Aber mir geht es soweit gut. Nur sehr müde. Sehr, sehr müde. Ich hoffe, dir geht es auch gut. Ich mache sie fertig. Na, zur Zeit ist es ein Brutschatz, der sie erledigt, ihr den Chaos macht. Ich bin hier gerade noch nicht, habe hier noch nicht die Möglichkeit da hinzufahren. Ich bin erst am Tag wieder am renovieren. Da habe ich nur die Aufgabe zu streichen. Und das freut mich, dass es dir gut geht. So, das zählt auch wunderbar. Ja. Ja, so einen Auftrag hatte ich auch noch nicht. Sammel, Lila Blumen. Wo ist eigentlich Ariel? Ariel. Ich bin nicht dreimal hier vorbeigerannt. Ariel ist weg. Oh, nee. Oh, je, je. Ah, wie viel Gemüse muss ich verkaufen? Ah, nee, das sind fünf Früchte. Gemüse soll ich nur anbauen. Ja, das kann ich erledigen hier. Fünf Früchte. Da ist eine Truhe, die brauche ich. Seht das ja jetzt Lila? Was sind denn alles Lila Blumen? Waffen, Lila Hortensie. Okay. Jo. Ich glaube, Pfeilchen gibt es hier ja auch, glaube ich. Weil ich soll Lila Blumen sammeln. Das ist eine ganz tolle und wichtige Aufgabe. Ich gebe dir jetzt ein neues Event und dafür versuche ich jetzt hier meine Sachen zu sammeln. Wirke Lila Blumen, ja. Hier habe ich auch 500 Sternenmünzen, drei Pilze, eine tägliche Diskussion. Hier kann ich gleich führen. Das ist aber überhaupt nicht anstrengend. Hallo Ariel. Bitte sehr. Hier hast du deine Sachen. Werd glücklich damit. Danke, Daria. Es ist alles so erstaunlich. Vor allem die Geschichte im Buch. Sie erzählt von einer Könige mit magischen Eiskräften. Hm, das kommt mir bekannt vor. Warte, oh nein, das Grammophon ist kaputt. Das erfordert eine Werkbank. Ich könnte dir eine bauen und dann... kannst du sie selbst reparieren. Das würde ich gerne. Dann könnte ich auch andere Dinge in meiner Sammlung reparieren. Meinst du, du könntest mir eine Werkbank mit Dingen aus dem Meer bauen? Vielleicht Sand und Jakobsmuscheln? Oder... Äh... Oh, außerdem Aquamarine und sogar Gold, um mich an meinen Vater König Triton zu erinnern. Alter. Sei froh, dass ich einige Aquamarinen die gestern auch gefunden habe. Anni, Hallöchen. Wunderschönen guten Tag dir. Alles gut bei dir? Äh... Jetzt weiß ich nicht, weil er sagt, warum macht der Typ alle... Äh... Ich würde dir ja viel Spaß wünschen, aber... Aber übertreib es nicht. Wie gesagt, ich hab's mir leider noch nicht... noch nicht, ne... durchgelesen, aber... Gewalt ist nicht unbedingt immer die beste Lösung. Damit haust du dir meistens, äh... Oh, hat man sich meistens selbst in die Pfanne. Auch wenn's oft berechtigt ist. Aber... Es... Qualität sich immer... Das Beste. Bei mir auch, bei mir auch. Müde. Ich war, äh... Ohne Grund bis 6 Uhr wach. Morgens. Nicht abends. Ich bin um 6 Uhr ins Bett und bin um 10 Uhr wieder aufgestanden. Und wie ich jetzt hier gerade sitzen kann, weiß ich nicht. Äh... Das macht mir gar viel gehalten ab, dass ihr... Äh... Nicht mehr misstüben können. Ich guck gerade vor gut. Verstehe ich, aber trotzdem... Wie gesagt, das... Am Ende bist du der Gelackmeierter. Die Magie der Verdrängung. Ich musste halt... Ich... Irgendwie... Ja... Ich hab wieder irgendwie an den PC gerollt. Aber ich habe heute tierische Begleitung. Da. Ich hab ne tierische Begleiterin heute bei mir. Sag ich euch einmal auch in Gruß. Ja... Ja... Bautzi. Mein Bautzi wollte heute mal mit runter. Ich würde dir sagen, sag mal Hallo, aber... Sie ist, glaube ich, froh, wenn sie da liegen bleiben kann. Ja... Ist die nicht süß? Ich bin zwar eher ein Katzenmensch, aber... Süß. Ich werde weiter zum Koch eben weiter. Oh, was gibt's denn? Koch mir was mit. Koch mir was mit. Ich hab auch Hunger. Äh... Ich freu mich wirklich sehr darauf. Bis bald. Ja. Ach ja, ich darf ja jetzt viele für sie da... Sachen sammeln. Komm... Nein, Ariel. Nein. Bin froh, wenn ich das für Mini zusammenkriege. Gut, wie viel Hartolz hab ich eigentlich? Oh, Jahrhundert. No. Ich hab 99. Heißt du, wie ist es da mit... Äh... Gebraten schon. Oh. Geil. Ich komm zum Essen, ja? Ich bin ein paar Stunden da. Komm zum Essen. Hab ich... Ja, ich hab Gemüse mit. Sehr gut. Kann ich hier einmal eine Reihe... Abernten. Bin jetzt übrigens verdammt happy. Ich habe Katzenohren. In diesem Spiel. Bin gerade die glücklichste Frau der Welt. Ich glaube, es ist geil. Okay. Kann ein bisschen dauern. Lass mir was übrig. Aber Mist, dann müssen die ja den Strieb ausmachen. Ah... Schön. Nein, ich wollte eigentlich nicht die Tomate mitnehmen. Drei Pflichten bräu' ich noch. Ich sag's dem Techniker. Okay. Äh... Sieben bräu' ich noch. Hier wäre ein Gericht. Erntet drei Früchte. Hab eine tägliche Diskussion. Hey. Ja. Tolles Lachen. Das... Der denkt sich auch... Was willst du von mir? So. Drei Früchte. Da sind noch Bananen. Da sind eh immer drei dran. Brauche ich noch eine. Eine Pflicht. Erntet drei Pilze. Ah, schön. Am Ende fehlt eh wieder irgendwo irgendwas. Es ist jedes Mal das Gleiche. Bitte sag, dass da der Kleine drin ist. Nein, ist der Große. Leck mich doch. Und... Pilze. Erntet drei Pilze. Event. Lies die Dreamlet-Flichten ab. Koche drei Sterne Gerichte. Äh, hä? Ist das lila? Das war lila, okay. Ja, ich muss ja hinterfragen, ob das wirklich lila ist. Für mich ist das zwar pink, aber... Das Spiel ist das nicht... Das Spiel ist lila. Oh, lila Blümsche. Lila Blümsche. Lila Blümsche. Oh, komm, wieder lila Blümsche. Und Eisenerz. Wolf von 20. Wenn sie nicht gestorben ist, sucht sie immer noch lila Blumen. Boah, sie ist wieder eingeschlafen. Kann man nur so süß sein beim Schlafen. Und Katzen schaffen das auch, aber... Bei Katzen ist alles süß. sooo... 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 14. Heywitzka. Was tut man nicht alles, um an diesem Event teilnehmen zu können? Und seine Sachen da zu kriegen. Aber ey, wenigstens habe ich das Wichtigste. Katzenohren. Es gibt nichts Wichtiges als Katzenohren. Ich kann es nur immer wieder wiederholen. Ein Leben für die Katzenohren. Nein, mein Ende ist voll. Warte, jetzt brauche ich weiterhin... Kann ich irgendwas verkaufen? Das kann ich verkaufen. Das kann ich verkaufen. Das kann ich auch verkaufen. Boah, das war es dann aber auch schon, was ich verkaufen kann. Na gut, du auch die Champignons, aber... Uh, erhalte 500 Sternmünzen. Nachtdorn, das geht erst, wenn ich im nächsten Gebiet wieder bin. Oder also, äh, Gebiet erweitert habe, sage ich mal so. Ah, Sternegerichte, 25. Alter. 3, 25 Sternegerichte. Also, 25 Sterne... Hm, 20 mal 3 Sternegerichte. So, jetzt habe ich es aber. Hm. Ja, kommt zum Schein-Gold-Borren. So. Eine Banane? Ja, von mir ist die Tomaten. Gut, also für Arielle brauche ich jetzt noch weitere Krams. Bring die Blumen zu Elsa. Wo ist sie überhaupt? Immer noch da oben, okay. Sammeln wir Hartholz, Hartholz. Brauche ich ja jetzt, glaube ich, 140 Hartholz. Das ist überhaupt nicht einfach zu... Äh, überhaupt nicht überhaupt zu schön. Nein, nein, gar nicht. Nicht einfach alle zu rum. Wenn es nicht ewig dauern würde, dass das Zeug spawnt, wäre ja alles super. Leider. Boah, was Ewigkeiten. Die sind ja herrlich. Und jetzt noch ein bisschen Eis. Hier. Was soll ich damit jetzt? Was meinst du, brauchen wir sonst noch? Was braucht man sonst noch? Da sich alles um den Winter drehen soll, lasst uns noch mehr Eis mit Eisbrocken aus der Eishöhle verwenden. Eine Flasche mit eisigem Wasser aus den eisigen Höhlen und einfach Schnee, um es noch kälter zu machen. Wer ja alles besorgt und den Kältetrank des Winters selbst erstellt. Ich kann mir bald wieder plaudern. Eisbrocken aus der Eishöhle. Okay. Was soll ich mit eisigem Wasser aus den eisigen Höhlen? Aus den eisigen Höhlen. Na wenigstens, dass kein langes Umgrenner. So. Wasser. Da vorne. Kann schon nicht mehr sitzen. Da ist gestern so lange am PC. Mittlerweile weiß ich nicht mehr, wie ich sitzen soll. Gibt es hier auch lila Blumen? Ich glaube zwar nicht, weil ich hier noch nie welche gesehen habe, aber... Nee, sämtliche Farmer, aber nicht die. Minze. Ganz viel Minze. Hm. Hm. Sechs lila Blumen. Sie aber glaube ich auch nicht im Inventar behalten. Kann es sein, dass die Dinge jetzt schnell ausbauen? Tschüss. Vielen her çıktı. Vielen Dank. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020